Hallo, mein Name ist André Sotow, willkommen bei Sotography und heute werde ich dir zeigen, wie du mit Hilfe von Photoshop einen Retro-Look auf dein Bild erstellst. Viel Spaß beim Zuschauen und es geht schon los. Ich habe hier mein Bild bei Photoshop schon mal geöffnet und als erstes werde ich mir eine Kopie der Händegrundebene machen mit CMDJ und werde auf dieser Ebene erstmal retuschieren. Ich würde gerne hier diesen Bereich kurz mal retuschieren und zwar würde ich mit dem Ausbessernwerkzeug ganz einfach mir diese Stelle wegziehen. Sieht schon mal gut aus. Das Bild ist schon ein bisschen verrauscht hier. Deshalb merkt man auch viele, viele Sachen hier gar nicht mal und werden die Deckkraft hier aber ein bisschen noch verringern, dann ist das alles ein kleines bisschen smoother. So, cool. Ich werde mich hier noch Kleinigkeiten mit dem Bereich Reparatur rauspinseln, die hier im Bild meiner Meinung nach störend sind. Diese Haarsträhne. So. Und hier die Strähne noch. Ich finde bei diesem Bild müssen wir gar nicht mal so viel retuschieren, das sieht auch schon so sehr cool aus. Aber wir werden noch so einen kleinen Farbeffekt hier noch einfügen gleich. Okay. Cool. Das vielleicht noch ein kleines bisschen. Und mit dem Bereich Reparatur pinsel geht das auch ganz cool, aber wenn man es näher betrachtet, dann geht auch ein kleines bisschen von diesem Rauschen verloren. Das ist aber nicht schlimm, denn im Endergebnis möchten wir ja noch ein bisschen Rauschen hier drüber legen. So, hier noch die Strähne. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Okay. Erstmal werde ich hier diesen Bereich, den finde ich ein bisschen als störend, den werde ich abdunkeln. Dazu mache ich mir einfach eine neue Ebene, nehme meinen Pinsel und sehr weiche Kante und ich denke mal so in dieser Größe, dass es hier auch reinpasst. Okay. Und jetzt wähle ich mir eine schwarze Farbe. Dazu kann ich hier einfach oben links auf dieses Symbol draufdrücken und damit haben wir immer hier schwarz und weiß. Ich mache hier einmal mit schwarzer Farbe drüber und jetzt kann ich die Deckkraft ein bisschen verringern. Somit haben wir das Ganze jetzt hier rausgenommen. Sieht auch gut aus. Und jetzt werde ich mir eine neue Ebene anlegen und nehme mir hier eine Farbe aus dem Bild. Ich denke mal so blau, vielleicht ein bisschen heller und werde mir jetzt mit einem großen Pinsel so ungefähr einfach mal hier so einen blauen Strich reinmalen. Diesen Strich werde ich hier mit Deckkraft sehr stark verringern und werde mir eine neue Ebene machen und wähle jetzt ja vielleicht so ein lila, violett. Irgendwann so eher Richtung pink. Mal gucken, wie das wirkt. Na, vielleicht auch ein bisschen eher violett. Oder sogar das. Das sieht echt cool aus, finde ich mal. Und das kann ich mir mit einem großen Pinsel hier ein kleines bisschen so reinzeichnen. Wirklich sehr wild. Quick and dirty, aber er sieht cool aus. Und zwar ist das die Spiegelung von dem Himmel, aber ich denke so sieht das auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Da haben wir mit den Farben ein kleines bisschen so Flares erstellt. Oder eher Light Lakes gesagt. Gucken wir mal vorher, nachher. Sieht schon mal sehr cool aus. Jetzt werde ich mir eine radiale Ausweich hier machen. auf das Model ungefähr so und habe dann die weiche Kante auf 600 Pixel. Jetzt kann ich hier auf die Gradationskurve gehen und somit haben wir auch durch unsere Auswahl eine sehr weiche Maske erstellt. Somit wird auf den weißen Bereichen dieser Effekt angewendet und wir werden die Mitte des Bildes ein kleines bisschen aufhellen. Jetzt dupliziere ich die Ebene mit CMD-J und werde mir diese Maske mit CMD-I invertieren. Somit wirkt sich diese Ebene jetzt nur auf den äußeren Bereich des Bildes an. Diesen werde ich jetzt ein bisschen abdunkeln. Somit haben wir eine kleine Vignette erstellt. Ich werde die zwei Ebenen mal in eine Gruppe zusammenfassen, dann können wir das besser sehen. Und zwar kommt jetzt das Model eher zur Geltung und der Bildbetrachter wird auch eher in die Mitte gelenkt. Jetzt werde ich ein Dodge & Burn hier vorführen und zwar mit grauen Ebene. Dodge & Burn habe ich ein bisschen besser in meinem Tutorial erklärt und zwar findest du das hier links. Da ist auch ein sehr schönes Bild dabei und man kann sich das einfach anschauen. Da gehe ich direkt auf Dodge & Burn ein. Hier im Groben, damit man es weiß, man kann jetzt mit dem Abwedler- und Nachbelichterwerkzeug mit Abwedlerwerkzeug wird man etwas im Bild auffällen. Mit Nachbelichterwerkzeug dunkelt man die Stellen, welche man jetzt reinmalt, ab und man kann zwischen diesen beiden Werkzeugen mit gedrückter Alt-Taste wechseln. Das sieht man zwar hier nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier aufhelle, kann ich die Alt-Taste gedrückt halten und wiederum abdunkeln. So, ich fühle die Ebene nochmal kurz mit 50% grau und werde mich hier bei dem Model ein paar Stellen aufhellen. Zum Beispiel hier die Stelle, also die hellen Stellen, die schon hier im Bild hell sind, werde ich ein bisschen aufhellen und die Stellen, die hier im Bild dunkel sind, werde ich wiederum ein bisschen abdunkeln. Das gibt dem ganzen Bild ein bisschen Dynamik. Man sieht das zwar jetzt auf ersten Blick nicht, aber wenn man die Ebene mal ein- und ausblendet, sieht man, das Bild ist schon jetzt dynamischer geworden. und ich werde hier noch die Augenbrauen ein bisschen zur Geltung bringen, die Lippen ein kleines bisschen und wir können hier noch in den Haaren uns ein bisschen Dynamik rausholen. Okay, cool. Wo man aber die meiste Dynamik rausholt, ist eigentlich die Lederjacke. Das sieht immer sehr cool aus, denn Lederjacke spiegelt ja so schön und da kann man auf jeden Fall mehr Dynamik in das Bild reinbringen. Okay, cool. Also die Stellen, auf die man eigentlich den Bildbetrachter nicht lenken soll, kann man abdunkeln und die Stellen, die man jetzt cool findet oder wo man sagt, okay, der Bildbetrachter soll da hingucken, kann man ein bisschen aufhellen. Aber wenn wir jetzt das Vorher und Nachher vergleichen, sehen wir, das Bild sieht schon mal auf jeden Fall cooler aus. So, und das komplette Vorher nachher, man lenkt sich auf jeden Fall oder schaut, eher auf das Modell. Jetzt werde ich die ganzen Ebenen, an denen wir jetzt gearbeitet haben, mit Shift, Alt, CMD und E zusammenfassen und ich gehe jetzt auf Filter, Rauschfilter und Rauschen hinzufügen. Dafür werde ich das ein kleines bisschen in das Bild hier reinzoomen und wenn wir das Heckchen hier bei Vorschau mal ausblenden, können wir auch vergleichen, wie das davor aussah und wie das jetzt aussieht. Man kann hier die Stärke zum Beispiel jetzt sehr stark machen, das ist natürlich viel zu krass, aber ich denke mal so auf ja, vielleicht so auf sieben, vielleicht sogar fünf Prozent. Gucken wir mal nach. Sieht doch schon mal auf jeden Fall sehr cool aus, finde ich. Mehr wäre, glaube ich, sogar zu viel. und jetzt können wir auf diesem Bild noch eine Farbbalance anlegen. In die Tiefen werde ich ein kleines bisschen Blau dazugeben, ein bisschen was von diesem Magenta-Ton und in die Lichter werde ich ein bisschen von diesem grünlichen und dem gelben Ton dazugeben. Mal das vorher, nachher. Sieht schon mal cool aus. Und wenn man sagt, okay, mir war es zu wenig mit diesen Flares, kann man drüber, immer noch ein Flair drüberlegen und zum Beispiel, ich sage mal, ich nehme jetzt gerne, nehme erstmal einen Pinsel und mit Alt-Taste will ich mir gerne diese Blau-Farbe aus. Und jetzt kann man hier auch wiederum, so, jetzt habe ich hier ein bisschen was gezaubert, jetzt kann man hier mit dem großen Pinsel zum Beispiel einmal reinmalen und jetzt können wir die Deckkraft hier verringern und haben somit so einen kleinen Flair gemacht. Sieht auch cool aus und als Endergebnis würde ich mir eine Tonwertkorrektur anlegen und werde mir die Schwarzdünne ein bisschen wegziehen. Somit bekommt das Bild so ein bisschen diesen Retro-Look. Ich werde aber noch hier diesen Flair ein bisschen abdunkeln, das ist mir viel zu stark. Irgendwann so 6% sieht das angenehm aus und ja, mit der Tonwertkorrektur haben wir noch ein bisschen Tiefen rausgeholt. Sieht schon mal sehr cool aus. Und wenn man sagt, okay, hier ist noch ein bisschen zu hell, kann man immer noch im Endergebnis mit einem schwarzen Pinsel hier diesen ganzen Bereich ein bisschen abdunkeln. Wir können das mit CMDT auch transformieren und somit ein bisschen wegziehen aus dem Bild. So, ich denke mal, so sieht es schon mal ganz gut aus. Okay, dann haben wir jetzt mal kurz das Vorher-Nachher-Zum-Vergleich aus diesem Bild. Haben wir sowas kreiert und wenn ich noch ein bisschen reinzoome, sehen wir, haben wir auf jeden Fall einen sehr coolen Effekt mit diesem Rauschen und mit diesen Light Leaks, selbst erstellten Light Leaks, ein sehr cooles Ergebnis erreichen. Du kannst dir dieses Bild in der Beschreibung unten runterladen, kannst selbst experimentieren und ja, das was du aus diesem Bild raushaust, kannst du gerne bei mir auf der isodography.de Seite veröffentlichen in den Kommentaren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du daraus machst und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Umsetzung und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.